Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Markschaft Pirates. Ich habe gerade den Chat gelesen und hier steht Hallo liebes Piratenvolk, Captain Black Wotan und Gefolgsfrau Nikki geben sich das Ja-Wort. Wir möchten herzlich alleinladen, es gilt auf der Insel darum brauchen Waffenstillstand. Es gibt einen Raum gratis und noch mehr kann gekauft werden. Hochzeit beginnt ca. 21.30 Uhr. Erscheinen Sie sonst? Weinen Sie. Har har. Ich bin komplett nackig. Ist auch gar nicht so schlimm, weil ich habe jetzt hier... Das da. Das da, genau. Dann einmal das da. Das da kann weg. Und dann macht man den, glaube ich, genauso. Genau, eine Rüstung stehen da und den packe ich jetzt hier hin. Und dem Jungen gebe ich jetzt alles, was ich... Mann, jetzt stelle ich doch bitte auf diese blöde Treppe. Dankeschön. So, du bekommst mein Schwert, meine Rüstung, die Rüstung, das da und das da. Das werde ich nie wieder brauchen. Deswegen, bitteschön, du bist der einzig Ware. Ja, ich glaube, das Dach, das kriege ich tatsächlich gar nicht mehr hin. Zumindest zeittechnisch nicht. Eventuell dann am Farming Day. Und ich glaube, jetzt baue ich die Abda-Bahn. Ah. Ich brauche nur noch mal eine geilere Spitzsacke. Und dafür brauche ich Eisen. Habe ich hier noch irgendwo Eisen? Ah, verdammt, nur zwei Stück. Ich glaube, ich habe den Rest einfach verballert. Habe ich hier noch Eisen? Jawohl. Eins. Eins brauche ich. Und dann einmal hier. Und einmal nochmal da. Und dann nochmal hier. Und dann brauche ich, glaube ich, nochmal ein bisschen Stein. Am besten Steinziegel. Dass ich das auch schön bauen kann. Und ich baue eine coole Achterbahn. Oh, hier ist ein Grab. Oh Gott. Habe ich gar nicht gesehen. Wir gedenken an Lieblingspartner und Ehefrau Solista. Müssen wir hier reingucken. Oh nein. Oh nein. Da wurde irgendwas geklaut. Kann ich den da reinlegen? Nö. Okay, da nicht. Tim ist gar nicht da, oder? Das wäre ja mega cool, wenn nicht. Wenn die Achterbahn hier oben startet. Genau hier. Und dann über die Taverne geht. Das wäre doch mega geil. Ich frage mal Tim, ob ich das machen darf. Warte, ich kann ja von hier. Und dann so. Und dann. Boah, mega krass. Hallo, Tim. Hi. Eine kleine kurze Frage. Ich würde gerne eine kleine Achterbahn noch bauen. Darf ich da bei deinem Hafen anfangen? Oben? Wenn da so der Start ist. Dass es dann über die Taverne geht. Und dann irgendwie. Irgendwie. Hätte ich grundsätzlich nichts dagegen. Aber ich würde dich bitten. Aufzupassen. Dass es nicht zu sehr die Umgebung an und alles verschachtelt. Weißt du, wie ich meine? Äh, ja. Ich glaube schon. Aber wegen mir mach. Okay, danke. Bisher ein Teil unseres Käpt'n Teams. Von dem her. Ach. Das ist zur Hälfte deinem Dorf, ne? Ja. Hau rein. Okay, danke. Wuhu. Ich hoffe, ne Blackwater hört nichts davon. Weil der ist so böse. Hallo. Na? Guten Abend. Hallo. Ja, ich wollte unser Schiff erbauen. Und hast du vielleicht eine Feder? Unsere Chefin bräuchte eine Feder. Eine Feder? Warte kurz. Ich schau mal kurz. Hier leider nichts. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Dummy. Ja? Warum sagst du mir, dass ich böse bin? Oha. Habe ich nicht gesagt. Hat keiner gehört. Das habe ich eindeutig gehört. Nein, das so nicht. Ich hoffe, ne Blackwater hört nichts davon. Weil der ist so böse. Hast du eventuell ne Feder, Mr. Wotan? Ich hab 33 Stück. Warum? Äh, der Mr. Wauzi hat ganz freundlich danach gefragt. Ja, ich weiß. Crafting-Mann hat auch gefragt. Bloß dann hat bei Quanten... Ja, genau deswegen bin ich hier. Ach so. Äh, äh, äh. Ja, ich bin aber ganz unten. Wo muss ich hin? Äh, darf ich ihm das zeigen? Ja, äh, ist ja Ende. Komm mit. Ich bin bei den Kühen. Und dann einmal hier die Farm runter. Genau da. Ah! Haha, war ne Falle. Oh nein, doch nicht. Ups. War das falsch? Wo ist... Wo ist der? Warte, hier. Da. Hallo, Niki. Hallo, Wauzi. Und dann würde ich gerne... Ja, hier anfangen, oder? Äh, so. Oh nein, hat sie mich gesehen? Nein, ich glaube nicht. Dann... So. Dann so. Ja. Wo bist du überhaupt, Omi? Ja, du siehst, bin ich. Ich bin ein Geist deiner Stimme. Du kannst jetzt wieder reden. Hab ich doch. Da ignorierst du mich. Einfach die Böse. Oh Mann. Und... Da muss ich auch noch gucken, ob das auch gut fährt, ne? Schauen wir mal, ne? Hab ich ein Logo dabei? Ja, hab ich. Das heißt, einmal hier hin. Da drauf. Und dann let's go. Oh, hoi. Ja, hat funktioniert. Ja, auf der Taverne machen sie erstmal ein bisschen kreisig-kreisig fahren. Weil es so viel Spaß macht. Ja, dann eigentlich hier runter. Nee. Machen wir nicht hier runter. Sondern da runter. So, ich muss nachher noch einmal, äh, Tim, dein Feuerzeug bringen. Oh Gott, aua. Oh, 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 es hat keiner gehört. Anscheinend wirklich nicht, aber... Ich brauch noch ein bisschen Dreck. Ich hol mir kurz Dreck. Ist hier Dreck drin? Nö. Ist hier Dreck drin? Mann, Blicca, du hast die Kekse auch nicht genommen. Oh, Blicca. Vielleicht da oben. Ich weiß nicht mehr, ob sie da oben eine Kiste hat. Ich weiß nicht mehr, ob sie da überhaupt irgendwas hat. Hier ist absolut gar nichts. Alter, hier. Oh Gott. Autsch. Das ist jetzt ungünstig. Das ist natürlich auch sehr schlau. Treffe mich nicht, treffe mich nicht. Oh Gott. Leute, eine kurze Frage, ob ihr mir vielleicht kurz helfen könntet. Ja. Weil ich bin nackig und da drüben ist ein Typ mit Dreizack. Genau da. Und der schmeißt mich gerade. Und ich hab schon alle meine Sachen weggelegt. Siehste, der ist böse. Und Mann, Mannschaft, ist weg. Und der Typ mit Dreizack ist weg. Hallo. 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 Servus, grütschen, hallo. Ja, servus. Der Gabeltyp ist weg. Ja. Der Grounder ist weg. Ja. Hat ihn erledigt. Ich wollte gar nicht weiter bauen. Genau, da. Piu, 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 piu. Dann geht's ein bisschen weiter runter. Und dann. Der ist die Frage, ne? Um die Taverne rum. Oh, das wäre doch cool eigentlich, ne? Dann so, dann so. Ja, jetzt ist doch gut. Dann so. Dann so. Ja, jetzt ist doch perfekt. Dann kommt es da hin. Dann kommt es da hier. Ja. Dann kommt es da hin. Ja. Und. Ja, dann. Oh, hab ich es geschafft, Alter. Kost. Und dann hat man hier gleich. In der Teppel. Oh, dann würde man denken, dass das hier der Anfang ist. Oh, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Obwohl. Man könnte ja auch in die Taverne reinfahren, ne? So, hab ich. Natürlich hab ich keine Axt dabei. Aber ich mach jetzt nichts kaputt. Aus diesen. Hallo. Ich hab mich hier versteckt. Was ist das? So, welchen Eimer soll ich nehmen, Domi? Den Eimer. Was soll das werden? Ja, komm mit. Ich zeig's dir. Komm mit. Komm mit. Zeig's dir. Euch jetzt gerade die ganze Zeit gebaut. Ich war echt überrascht, dass euch das nicht aufgefallen ist. Ne. Aber sterben kann man dabei nicht. Ich hab noch was vor. Oh. Achso. Du bist hier denn jetzt lang. Achso. Ja, komm mit. Du sollst mir deine Füße nicht ins Gesicht halten. Du sollst mir die Füße mal waschen. Die stinken. Hab ich doch erst vor zwei Jahren. So, und dann? Vor zwei Jahren. Ja. Jetzt einmal bitte da rein und hab deinen Spaß. Haben wir noch. Genau. Tschüss. Hab ich den Tod. Ja. Er scheint zu funktionieren. Hat geklappt. Ja, ich wär fast gestorben. Oh. Das war nicht ganz plan. Hoppla. Also ich war auf einmal im Fass. Achso. Ja, da wollte ich auch machen. Aber Wotan wollte mich anzünden, der Böse. Du sollst das ja auch nicht kaputt machen. Ne, ich wollte das auch nicht kaputt machen. Ist das der Hochzeitskuchen? Ja. Die Hochzeitskuchen. Ja, weil der Quandtern hat's schon ein bisschen gefuttert. Der heilige Pinguin-Gott hat davon nach. Da, wo du deine Schiene hingeführt hast, stand auch ein ganzer Kuchen. Der ist auch weg. Oh. Ey, der ist aber ganz schön verfressen, der Kleine. Ne, du sollst ihn ja auch anbieten. Oh, geheiligter Quanton. Oh, heiliger Quanton. Heiliger Quanton. Besorge uns einen schönen Urlaub und viel Rum. Genau, mach genau das. Was? Ja, genau. Ja, ja, ja. Heiliger Quanton. Heiliger Quanton. Wie schreibt man über den Rumodgar? Kann mir jemand aufs Schild gucken? Aufs Schild gucken. Äh, da. R. U. M. Ja, das weiß ich. B. B. O. Ja. Hast du das O? Ja. Okay, dann das D. Dann K und A. Gut. Okay. Okay, danke. Kein Problem, ich helfe gern. Ich glaube, die Achterbahn ist fertig. Ich teste nochmal. Abfahrt. Wuhu. Wuhu. Ui, ui. Ui. Alter, ich bin mega schnell. Und ich bin da. Boah, ist mega cool. Ja, ist richtig cool. Aber ich muss hinschreiben, dass das der Ausgang ist. Dann denken die Leute, das ist der Eingang. Aber das ist der Ausgang. Ausgang der absolut coolsten Achterbahnwohnen. Blumie. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das... Lies wahrscheinlich eh keiner. Wenn die Leute dich nicht essen wollen, glaube ich mal meine Kekse. Also, Captain, falls du das jemals siehst, dann sind es halt meine. Ist okay. Ist okay. Ja, warte. So, und Blicker, du auch, ne? Falls du das jemals siehst. Oh, Blicker. Dann hast du jetzt halt keine Kekse mehr. Aber für Leute, die mich dann auch krass gucken und denken, boah, alter, cool. Der hat Kekse. Da verstecke ich welche hier. Und zwar... In meiner... Schlafkiste. Ja. Krass versteckt. Da. Da habt ihr einen Stick. Dormies leckere, geile Kekse. Umrandet von Ofenkartoffeln. Okay, dann ist die Hochzeit in wenigen Minuten. Oh Gott, das geht so schnell. Oh nein. Bin schon so schnell wieder erwachsen. Jetzt finde ich es echt schade, dass ich es nicht mehr hingeschafft habe, da Dormie hinzuschreiben. Aber naja, man kann halt nicht alles haben. Das Dach ist hier immer noch nicht fertig. Bücherregale, stimmt, das kann ich noch machen. Die Zeit habe ich noch. Und dann geht es in der neuen Folge weiter. Mit der Hochzeit. Ja. Ich hoffe, ich bin zu schnell. Ich habe noch fünf Minuten. Oh nein. Sind das schon die Ersten angekommen? Oder kommen die Ersten? Die Blickbeards? Oh Gott. Also Leute. Neue Folge. Ich schaffe es doch nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.